Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Murderer mit Kat mal wieder. Hi Kat! Hi Kat! Ja, ich hab erst ein Gold. Das ist nicht grad so geil. Gibt's nicht hier oben auch Gold? Ja, aber das ist nicht so viel, weißt. Ich sammle mir halt am liebsten immer am Anfang mal einen Bogen, weiss. Ja, ich hab dir eigentlich erst mal auf. Stimmt, hier gibt's auch einen Raum, wo du meinst, oder? Welchen Raum? Wo wir immer gefahren haben. Ne, das ist eine andere Mabel. Ja gut, das ist für die erste Runde natürlich mal wieder sehr schön in der Murderer Instance. Boah, Kat und ich trink mir ein paar gleichzeitig und flieg, eh. Ja. Oh, die Runde. Äh, die Map. Welchen ist das? Hm, das könnte die Bob Gold sein. Ach so. Ich bin unschuldig. Ja, ich glaube, das ist die, oder? Ne. Ne, 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 oder? Oder? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ne, das ist mit dem Rapid Transporter und da war Gold. Ich hasse das, wenn auf dem Scheiß Transporter Gold ist, ne? Ich hab noch nicht einen Gold, nein. Ich hab noch nicht einen Gold gesammelt, Alter, Kat. Oh, ich hab eins. Oh, wo lauf ich denn da? Merlin. Hallo. 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 Oh, hier ist ein Gold. Da wurde jemand gekillt. Ne, hier wurden schon mehrere gekillt. Sind nur noch zwölfelei. Herrlin. Ich hörte. Und? Was änderts? Die Schneckte wurde gedötet. Oh nein. Oh je, hier ist der Schneckte oben. Ich hab einen. Ich hab Angst, Kat. Merlin gleich. Ja, Merlin macht hier gerade Action, wie ihr hören könnt. Ja. Echt? Ja. Oh, da ist er, Kat. Ich hab einen. Ich weiß, wer das ist. Wer? So ein blauer. Bin eben gerade auf den Fersen. Scheiße. Er hat mich. So ein blauer. Wie heißt er denn? Ähm. Ja. Ja. Da war er gerade. Scheiße. Ja. Sie ist spät. Scheiße. Jumpt nicht auf mein Fenster. Ich lass doch was raus. Hm? Komm. Opa. Ja. Raus. Ja. Digga. Digga. Jetzt ist der dumm auf dem Fenster und guckt mich an. WTF? Der Mulder hat gerade den Fall geblockt von dem Typ, Alter. Ich würd sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Wieder dieselbe Mapcat. Ich hab's auch gerade gemerkt. Und wieder unschuldig. Huhu. Und hier ist einfach kein Gold. Yeah. Geil. I'm afraid. So ein Hund. Okay. Und hier ist will ich doch ein Hund. Beide ich, aber auch einen Hund. Was halt jetzt passiert. Dann ist das ein Hundrum. Die müssen wir halten. Wiecellen Sie das? Hör, Hä? Oha. Erw. Was mal kommt nicht? Und hier ist das? Ich hab nur 2 Gold. Ich hab 4. Und schon wieder mal gewonnen. Und mal wieder die Rainbow Map. Ja Leute, ich hoffe ich kann euch irgendwann mal alle Maps zeigen. Ich denke schon, aber es dauert halt. Oh, ich bin der Schneeschnechtes. Echt? Mhm. Hi Cat. Hallo Schneeschnechtes. Hallo. Und du hast mir grad ein Gold geklösscht. Mhm. Ist doch schön, oder? Ich fahr jetzt mit der Bahn. Hui Leute, guckt euchs an. Ich mach mal gerade die Audioeinstellungen ein bisschen leiser. Hui. Und da war die Bahnfahrt schon wieder zu Ende, ne? In der Mitte sind 2 Tote. Mhm. Ja. Zwei Stiefs bei mir zumindest. Was guckst du so? Nein. Hi Cat. Du hast Gold übersehen. Ne, ich brauch ja auch keins Cat. Ich bin kein Inno. Ne, ich bin kein Inno. Ab dem Boden. Gut. Und. Dragon Ball ist... Dragon Ball... Hä? Es gibt doch gar keinen Dragon Ball, oder? Nö. Nö. Toll. Ich fahr noch mal ein bisschen Bahn. Huiiii. Ich versteh grad gar nichts wegen der tollen Bahn. Das war ein Dragon Ball zu gehen, ja. Achso. Okay, geht geht. Hui, Leute. Huiiii. So. Eine Runde geht noch. Machen wir halt mal statt 3 Runden 4 Runden. Kriegt ihr mal eine Special-Exklusiv-Folge dazu, und zwar auf der Map. Yay, die hat man auch noch nicht. Unschuldig. Das ist die, wo oben... Ich bin oben gespawnt. Kehrt direkt. Ja, das ist die. Ja, da unten oben mit dem Raum. Also, ich wär wohl so viel Gold spawnt, aber ich hab noch kein Gold hier oben. I need more gold. Da hinten ist ein Gold. Und ich hol's mir jetzt. 2 Gold. Ja, Leute. Hier ist es am besten immer, wenn ihr hier oben farmt. Weil hier oben ist eigentlich relativ viel Gold, im Vergleich zu unten teilweise. Generell, die Map hier hat relativ viel Gold. Man kann hier oben, wenn man die... Ja, das war's schon wieder. Ich erzähl's euch mal das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen bei Mörderer. Bis dann. Tschüss. 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 NIE